So, mal was. Ah. Ja, was ich will machen. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das schwöre ich. Wenn du das sagst. So, aber ich stelle fest, hier bin ich... Das letzte Mal auch schon gewesen. Also habe ich ja theoretisch nichts gewonnen. Ja, da liegt ein ganzer Haufen rum und was bekomme ich? Nur zwei. Hier gibt es eine Menge zu finden. Na, da sind gleich mal sieben versteckt. Halleluja. Letterscheiß. Na, da kann ich ja Upgrades kaufen. Oh, die sind ja jetzt teurer. So, hier schauen wir mal. Das war wahrscheinlich... Geht's hier? So, jetzt bin ich natürlich ein bisschen... Ah, hier. Oh, das war wohl ein bisschen zu weit. Na ja. Direkt nochmal. Weil die Schriftrolle will ich haben. Was ist denn hier los? Ah, ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig. So, jetzt aber. Ah, nee, das ist eine Karte. Archivalkarte. Enthüllt auf der Karte die Position von Dokumenten, Relikten und... Ja, was auch immer. Kann ich mich jetzt hier festhangen? War ja auch zu schön gewesen. Aber diese Glocke, die hier rumschwingt, die hat doch auch noch was zu bedrücken, oder? Ah, nein, die kann ich hier nicht auf... Okay. Das war's. Schießen sie goldene Räuchergefäße ab? Oh, okay. Verdammt. Sie sind fast drin. Was sind das etwa auch noch? Wo ich an mir vorgehen zu bleiben? Nein. Aber da hinkt noch eins. Ein bisschen randalieren hier, ne? So, da ist noch eins. Haben wir schon mal drei. Fehlen noch vier. Ah, da hinten. Das habe ich schon nicht gesehen. Also, ich hoffe, dass ich jetzt keins übersehen habe. Wäre natürlich blöd jetzt. Weil ich ja... nicht mehr zurückkomme. Ja, befinden sie sich an hier, diese Räuchergefäße, oder? Wie? Oder was? Das ist schon wieder anstrengend hier. Ne? Ähm, ja. Okay. Gehen wir mal hier durch. Ich glaube, wir füllen dann eventuell nochmal welche. Haben wir da drüber gesprochen. Äh, ja. Auf Koten ziehen. So, wenn da die... Speere von oben kommen. So, na, wer sagt's denn? Das Ding braucht mal ab. Lad mal nach, Lara. Dankeschön. Ich lasse mal da drüber. Äh, mir schon klar. Ich war schon mal hier, Lara. So, und zack. Hier ist ein bisschen Timing gefragt. Weil das Wasser... Also, der Wasserspiegel sinkt ja natürlich jetzt wieder. Aber gibt's jetzt hier noch so eine... So ein Röcherding da? Hm. Nicht. Gefunden. Hast du das? Leer. Leer ist leier. Nein. Nein. Was habe ich übersehen? Hey, you are crazy. Sprengsätze legen! Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Hör drinnen, so Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Wer zur Hölle sind sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich hab keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt? Hören Sie, der Sack war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. In der Kuhn! So, jetzt noch Zeit, mich hier umzuschauen, ne, anscheinend nicht, wa? Brauchen wir mal lieber ab. Ach, schade. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr alle Räucherdinge, die uns gefunden haben. Aber wir werden definitiv, das definitiv nochmal nachholen. Das ist natürlich auch für mich von unser Hösse. Da kommt die Brühe rausgelaufen. Das ist das. Das ist das. Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschatten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer. Aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesch verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Propheten-Artefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesch ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich da hin. Na Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch. Wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah. Wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich hab zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesch. Er hat hier für alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal fünf Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. , weil du das warst. Nur! Jonah? Ah, du Scheiße! Stopp! Buch fallen lassen! Sie halten uns nicht auf! Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt? Ich hab sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Ah! Lara, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Jonah? Jonah? Wenn du mich hörst, geh um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen. Böken, die Supplement Italia sind gemacht! Viele Spalding schießen. Geschenk. König sein? Ich habe angehoben.